hallo und herzlich willkommen zu spada briggs heute die 61 35 aus dem jahr 1996 53 teile sind immer noch bei den aqua sharks tagen wochen wir fangen auch hier mit der minifigur an die hat auch für diese wunderschönen idee diese wunderschönen schwimmflossen die nehme ich mal ab damit ich die vernünftig hinstellen kann dann diese figur hat einen anderen print auf dem gesicht und was sehr sehr cool ist nämlich ansonsten das hier habe ich euch ja schon gezeigt hier dieser torso aufsatz der ist überall gleich mit dem roten klapphelm aber hier einmal die figur der der torsodruck ist ähnlich wie bei dem anderen oder das gleich bei dem anderen aber das gesicht sehr cool so ein vollbart tut und man achte hier auf die hand es ist eine trans neon das ist grün gut neon grün oder gelb hakenhand auch wunderschön schick oder ja finde ich auch wenn man jetzt die figur wieder zusammen bastelt naja ich setze den torso hier drauf zack ist dann diese figur wieder mit torso aber wird diese hakenhand die macht es richtig raus was haben wir sonst hier haben wir ganz klein sehr sehr cooles unter wasser high angriffs ding hier eine seite wieder diese karabiner haken hier diese diese speere sozusagen hinten haben wieder zum drehen kann wieder gegen pusten dann dreht sich das ja sehr sehr cool ansonsten kann sich das ding hier noch aufklappen das ist nämlich eine große klappe wir haben hier innen drin ein bordcomputer den könnt ihr da sehen auch gedruckt keine aufkleber in dem set auch hier das high muster auf dem trends orange ist gedruckt hinten auch die flosse gedruckt es gibt keine keine aufkleber hier es ist ein traum ja und das kann man einfach sagen es ist einfach ein kleiner traum ja der ist schön kompakt wendig so als kind das nimmt man mal mit zum spielen ja oder kauft man mal für so ein kind und was kleines zum bauen ein bisschen 50 teile spielt ein bisschen damit alle sind zufrieden oder ich bin sehr sehr zufrieden damit ich finde das jetzt wo ich aufgebaut habe noch mal wieder optisch wunderschön so nächstes mal gehen wir dann die nummer noch größer dann gibt es das ding sozusagen in größer ja eine stufe größer und dann schauen wir mal wie euch das gefällt ich hoffe das hat euch gefallen lasst ein like da und schreibt in die kommentare ob ihr auch aqua sharks oder aquanauts hatte oder haben wolltet schon immer in diesem sinne bis zum nächsten mal